Herzlich Willkommen zum Wochenrückblick der Handelswoche Montag der 11. Juni bis Freitag der 15. Juni. Wir haben eine verkürzte Handelswoche. Wir haben also nicht komplett Folge durchgetreten. Freitag haben wir gar nichts mehr gemacht und Donnerstag haben wir aufgrund der EZB-Sitzung verkürzt getradet. Und ja, trotzdem haben wir 2% diese Woche wieder erzielt mit den Box Trading, Blue Box Trading mit Kinjun Sen Master Template. Wir schauen uns die Trades einmal dann an und fangen an. Ihr seht es schon im Chart mit einer Swing-Tagesstrategie im Audi Neuseeland. Wir sind hier short gegangen und trotz begleitender Durchschnitte, es war schon so anzusehen, dass das hier ein Cluster wird, entweder breite ab oder geht durch und wir sehen hier ist sauber durchgeboxt. Wir haben hier plus 0,25 am Montag verdient. Nächster Markt, das ist ein Blue Box Trade im USD Kanadisch Dollar, den wir nach Hause gebracht haben. Der nächste Trade ist der DAX-Eröffnungstrade, den wir, wir sehen es hier, mit der Big Number Trade gemacht haben. Wir hatten am Montag dann direkt auch hier eine große Trading Range und ihr seht, hier sind wir long gegangen, Big Number und haben diesen Trade sauber nach Hause gebracht und haben hier gleich nochmal den DAX-Trade in Form der Big Number getradet. Dann haben wir hier nochmal den DAX-Trade gemacht und dann einmal auf dem Niveau hier oben. Also haben wir mehrmals am Montag den DAX getradet. Nächster Markt ist der Euro-Dollar. Hier war das eine Blue Box Trade. Trade Nummer 1 und 2 ist denn hier in den Gewinn gelaufen am Montag. Nächster Markt ist British Fund Yen am Montag und auch das Biest British Fund Yen ist im zweiten Trade Nummer 1 und 2 in den Gewinn gelaufen. Nächster Markt, den wir hier haben, ist der British Fund US-Dollar. Auch dieser ist am 11. mit der Blue Box Trade Nummer 1 und 2 in den Gewinn gelaufen. Dann hatten wir die DAX-Trades, die ich schon kommentiert hatte und dann sind wir auch schon im 12. Dienstag, 12. Juni und fangen an klassisch mit dem DAX. Und wir haben den Breakout, wie ihr seht hier oben, sauber im ersten Trade in den Gewinn gelaufen. Haben die Box dann nochmal getradet in den Gewinn. Ein Big Number Trade, der ist dann in den zweiten in den Gewinn gelaufen. Also vormittags auch hier am Dienstag sauber die DAX-Trades platziert. British Fund Yen, der nächste Markt, Blue Box, ist in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir hier, der nächste Markt ist USD, Kanadisch Dollar. Das ist auch ein Blue Box Trade und der ist im Trade Nummer 1, 2 in den Gewinn gelaufen. Das war ein 15 Minuten Trade, wie wir sehen hier. Er ist sauber in den TP gelaufen. Nächster Markt, Euro-Dollar. Ein wenig zappeln lassen. Das war dann auch da die Notenbank-Sitzung. Ja, da haben wir auch weniger getradet. Tritt Nummer 1, 2, 3, 4. Vier Anläufe hat er gebraucht hier. Direkt beim Daily People. Dann kam der Ausbruch. DAX wieder mit der Open Range Breakout Setup. Tritt Nummer 1, hier in der kleinen Box sind wir hier in den Gewinn gelaufen. Das heißt, der Open Range Breakout haben wir am 13.1 MT3 Setup. Short, hier Signalfall Sonne, der ist in den Gewinn gelaufen. Und nächster Trade ist nochmal ein DAX. Hier nochmal ein Big Number Trade getätigt, hier am 13.1 MT3. So, dann haben wir ein Kinjun Century Line Cross-Tritt auf 4 Stunden am 13. in Neuseeland Schweizer Franken. Relativ schnell im Gewinn. Hier war das Signal und dort sind wir rausgelaufen, also sehr erfolgreich mit plus 0,25. Der nächste Trade ist, und der ist hier im zweiten, Trade Nummer 1, 2, ist in den Gewinn gelaufen. Euro, Japanisch, Yen. Dann haben wir ein DAX Trade. Und das sind dann die Trades, die wir morgens haben mit dem Markt der Eröffnung nicht gemacht, am 14. Juni. Wir haben so nachmittags die Big Number 1, 2, 3, 4, können es da oben sehen, am 14. 15. haben wir nicht getradet, aber am 14. in dem Level die erste Big Number getradet, Trade Nummer 1 in den Gewinn gelaufen, zweite Mal Big Number getradet, in den Gewinn gelaufen, dritte Mal Big Number getradet nach der EZB-Sitzung und das vierte Mal ist in den zweiten in den Gewinn gelaufen. Dann haben wir noch einen hier unten im Short-Modus, also haben die Big Number um 13.100 sauber getradet am 14. Und das waren dann auch die Trades. Ja, summa summarum, Blue Box erfolgreich, Swiss Box erfolgreich. Der Euro-Dollar, der im vierten gelaufen ist, auch erfolgreich, aber da hätten wir uns das sparen können, gerade Euro-Dollar mit der Notenbank-Sitzung abends und der Zinsentscheidung. Also spannende Wochen liegen weiterhin vor uns. Ich freue mich auf die nächste Woche und euch gute Trades und bis Montag dann.